moin leute aus hamburg und aus der ganzen welt kurzes video zur fibo 2015 alle sind schon heiß alle sind schredded mittlerweile haben sich monatelang auf die fibo vorbereitet sind heiß darauf iridole zu treffen ich genauso ich werde am donnerstag und freitag also nur an den fachbesuchertagen da sein zusammen mit meinem partner in games mr johnny tapia und ja wer das in ein oder anderen social media kollegen treffen zum schnacken vielleicht auch zum training was auch immer man in köln machen kann einfach eine geile zeit haben und ja wenn jemand von euch auch auf der fibo ist lasst es mich mal wissen am besten kontakten kann man ja entweder über instagram oder facebook ich werde das hier noch mal einblenden freue mich über jeden den ich da mal treffen kann die man sonst nur aus aus dem social media bereich von youtube oder instagram kennt ja sagt mal bescheid wann ihr da seid wo ihr seid oder kontaktet einfach mal dass man sich mal trifft und austauscht das finde ich immer geil die leute einfach menschen kennenzulernen die man sonst nur digital kennt und dann merkt dass die in real life vielleicht auch ganz anders ist einfach mal lustig immer erfahrungen sammeln im leben finde ich ganz wichtig und gerade andere menschen kennenzulernen gehört da zu den wichtigsten sachen um seinen horizont zu erweitern also ich freue mich wenn ich hier möglichst viele von euch da treffe sagt mal bescheid schreibt man das video und dann werden wir freitag donnerstag und freitag auf der fibo sein samstag bin ich auch noch in köln da werde ich wahrscheinlich aber nicht mehr auf der messe sein wird dann wahrscheinlich auch ein bisschen voll sein ja aber bestimmt noch mal samstag morgen oder mittags irgendwo in köln trainieren oder machen mit den ganzen leuten die noch da sind auch da schreibt mal rein wann ihr da seid weil man irgendwas zusammen starten kann also ich freue mich auf die fibo bis dennne ciao schreibt mal schreibt mal